Ankerberg schlägt noch auf euch in eurem Jahr. Eins, zwei, drei, vier waren das. Also, die reinen Glocken waren gleichzeitig auf dem Muskelschlager. Der Schlager, wenn du dich noch in der Hand steckst, wird auch die Zunge. Und jetzt kommt der Arm durch. Da habe ich meine Arme drin. Den nehme ich nach unten raus und ziehe hier rum. Der Schlager und der Schlager, wenn du dich noch in der Nähe und die Zunge raiseust. Fertig. Die Zunge, die der Zunge, die der Zunge, die die Zunge anstatt, wird auch eingeladen. Und jetzt, wie groß das, wie groß das ausgeht? Und jetzt, dass wir diesen Zunge zäbchenen, dass wir in der Zunge, die Zunge der Zunge... Sobald das Zunge und der Zunge der Zunge. Sobald das Zunge mit den Zunge zu erläuen.